Schiefele und Pekron haben im Jahr 1996 die folgende Definition formuliert. Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der eine Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Steuerungsmaßnahmen kognitiver, metakognitiver, volitionaler oder verhaltensmäßiger Art ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht. Was heißt das nun? Selbstreguliertes Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem Lernende sich Ziele für ihr Lernen selbst setzen und zudem ihre Kognitionen, ihre Motivation und ihr Verhalten in Abhängigkeit von diesen Zielen und den gegebenen äußeren Umständen beobachten, kontrollieren und regulieren. Beim selbstregulierten Lernen steht also das aktiv lernende Individuum im Mittelpunkt. Das selbstregulierte Lernen wird dabei sowohl von internalen als auch von externalen Faktoren beeinflusst. Zu den internalen Merkmalen zählen zum Beispiel das Vorwissen, die Intelligenz oder das Temperament der lernenden Person. Zu den externalen Einflussmerkmalen zählen zum Beispiel die Unterstützung der Lehrpersonen oder der Eltern. Das selbstregulierte Lernen wird immer auch von der Lernaufgabe wie auch von den individuellen Kompetenzen im selbstregulierten Lernen beeinflusst. Es gibt Lernaufgaben und Lernsituationen, die mehr oder weniger Selbstregulation des Lernens erfordern. Und Lernende können ihr Lernen beeinflussen durch die effektive Nutzung von Lernstrategien oder durch ihr Wissen zum selbstregulierten Lernen. Es gibt verschiedene Modelle zum selbstregulierten Lernen. Schicht- oder Komponentenmodelle betonen die verschiedenen Regulationsebenen und Kompetenzen des selbstregulierten Lernens. Prozess- oder Phasenmodelle heben den phasen- oder prozessbezogenen Charakter des selbstregulierten Lernens hervor. Eine Übersicht findet sich zum Beispiel bei Panadero 2017. Zusammengefasst. Selbstreguliertes Lernen ist sehr komplex und hängt von vielen Dingen ab. Es stellt das aktiv handelnde Individuum in den Mittelpunkt und fokussiert darauf, dass Lernende ihre Ziele klar definieren, ihr Lernen selbstständig regulieren und somit Dinge erreichen können, die für sie, ihr Leben und ihre Entwicklung wichtig sind.